Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra und wir sollen jetzt immer noch den Captain Reese suchen. Also machen wir den Mann, der ist in der Richtung. Na gut, gehen wir da mal hin. Ja, ich weiß, wir könnten uns auch ein Fahrzeug nehmen, aber nö. Ich habe es ja in der vorletzten Folge gesehen, wie wir uns abgequirlt haben, wo wir zu springen. So. Leute, ihr spricht Handsome Jack. Ich wollte euch sagen, dass ihr euch wegen dieser Erdbeben nicht die hübschen Köpfchen zerbrechen braucht. Mit jeder Erschütterung kommen meine Bohrer der Kammer näher und das heißt Freiheit, Ordnung und Sicherheit für uns alle. Außer für euch Arschgesichter in Sanctuary. Ha ha ha. Aber wir können die noch mal kurz, äh, auftanken. Auftanken. Hörst du auch immer gut ein, ne? Ja, unser Leben, bis wir auftanken. Komm. Wozu braucht man eine Akkubation, wenn man Stil hat? Bis bald. Bis bald. Hm. Nein. Bessere Ware findest du nirgendwo. Voll, 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 voll. Hier nicht voll. Voll. Gut. Was hast du denn noch? Affek kaufen. Wo ist das? Ah ja, komm. Kann man gleich verkaufen. Genau. Hatte schon mal rausgesucht. Äh, denn. Geschäft ist Return. Zurückkaufen, ne? Oder? Ja, ja. Kann man wieder zurückkaufen. Gott. Komm jederzeit wieder. Und einstittfeld kein Geld zurückgarantie, ne? Ja, 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 ja. So, wir müssen hier... Wo ist er denn? Ach, hier durch. Waren hier nicht die komischen... Ah, guck. Alter. Äh, du kleines... Bolli-Mong-Balk. Bolli-Mong-Balk. Ja. Tja. Bolli-Mong-Balk. Weil es sehr munitionslastig. Hab ich ja schon mal gesagt, ne? Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Ja. Bolli-Mong-Balk. Bolli-Mong-Balk. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das wir bald wiederholen werden. Hm, hm. Weil was man hier an Munition verballert, ist die wahre Freude, ne? Äh, wie, was läuft da? Ach, steht, der Kaktus, der Kaktus im Midi-Pack. Wo ist er denn? Hier durch, hier durch, okay. Dö, 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 dö. Oh, nur paar kaltes Gebiet. Handgranate, voll. Gott. Ah, da hinten. Da könnte er irgendwo sein. Wir gehen aber mal kurz durchs Stein. Weil ich nicht weiß, was da alles kommt. Was uns da noch erwartet? Öp. Ja. Kohle, gut. institut. Anלל sind voll. Öö, ö. Bab-ba-ba-ba-ba-da-da-da-da-da-da. Na denn, Captain Rice, wo bist du? Schnarschi-Bärchi. Öö, kommen doch gleich Gegner hier, oder? was du hast er 8 2 8 8 1 dann Oman 2 1 Was bist du? Ein Berger? Ach, da unten. Hallo, komm, bei Verteilung. Ja, kann ich auch. So, nach Land. Geh wieder auf, geh hier zurück, ne? Haben nur noch wieder so wenig Schuss. Ist das nicht wieder herrlich? Herrlich. Na, guck mal, da hinten. Da war doch was. Da war noch was. Äh, okay. Kommen wir hier irgendwie durch, ne? Da steht was. Seht ihr das? Oh, der täuscht halt bloß von weitem. Er täuscht, ne? Da täuscht. Terra hat wieder Hallos. Guck mal, da ist nix. Aber hier war doch ein Roi. Ach so, da war ein Kaktus wieder, ne? Der stechende Kaktus. Den gehen wir mal hoch. Da geh mal die Pistole in der Hand. Nimmeln. 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 Gibt ja auch noch was drin? Ja, klar, komm. wha.... Aufnehmen... und spinnteln... Zack, Zack eh, Zack Alles genommen, was war das? Ohohohohoho Level 11, ehrlich?! Ist das euer Ernst? Naja gut 7 noch weiter entfernt Da drüben lagen auch noch welche wir kommen wieder hin. Erstmal gehen wir hier hoch. Da ist eine Kiste. Mach mal auf. 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 Gut. Puh! Düt, düt, düt! Aha! Kommen hier noch welche? Weiß ich nicht. Haben wir es noch aufgesammelt? Ehrlich nicht. Mal nimmt das auf, mal nicht. Haben wir zu viel Kohle wahr? Da nimmt er den automatisch auf. Mach mal auf, mach mal auf. Voll, voll, voll. Granaten. Hm, hm, hm. Ne, geht nicht rein, Gott. Na, gehen wir mal hoch. Bögen. Geil. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Du kannst auch nicht zur Seite laufen, ne? Oder? Warte mal. Wir testen mal aus. Wenn man jetzt so läuft. Ne, seitlich läuft der nicht. Tütt ja mal doof. Hm. Was bist du für eine? Äh. Ne. Gott. Haben wir keine Snapper-Waffen mehr. Schade, schade, schade. Wollt ich hiermit, wenn die Kaktus anschießen? Hey, Bolli-Monsch. Nachlassen. Echt jetzt? Ja, ja. Sterben ist nicht mein Ding. Dann bleibst du meins. Haben wir nur so wenig Leben. Kriegen ja wegen so Stromschläger oder was. Weiß ich nicht. Ach, da war ja die Knarge. Ich hab hinten keine Augen. Ja, scheiße, keine Munition mehr. Uuuuuh. Was nehmen wir denn? Ach. Was nehmen wir denn denn für eine Waffe? Wollen wir mal was haben? Äh. Okay. Hm. Gut. Ist auch fies mit der Munition, find ich. So. Das hat ja auch drei Schussabfall. Ist zwar schön und gut, Aber da würde ich für die Munition noch so schnell alle, ne? Was ist das hier? Eckenrück, oder? Wo geht's hier lang? Gibt's hier auch irgendwas? Öhh Morrowild? Warten wir jetzt schon mal? Ne, ne? Äh, äh, äh Ich weiß nicht, ne? Komm, wir gehen mal hin Ach, hier ist eine Autostation Okay Kann sein, dass wir hier wieder im Kreis laufen? Kann das sein? Aaaaah, Kampschirchen! Was ist das denn hier für'n Scheiß? Echt? Bin ich schon wieder tot? Alter, was ist das denn hier für'n Scheiß? Ehrlich mal. So'n Psycho. Die Knarre taugte gerade auch nichts. Och, du Menno. Also langsam, ne? Das ist nervig. Ich dachte, die werden vom Level angeschaut. Gleich starten, aber nö. Irgendwie. So, okay. Papa-la-pap. Papa-la-pap. Äh, äh, äh. Moment, ich nehm mir wieder anderes Schild, wenn wir noch haben, ne? Die 170er war, glaub ich, besser. Jo. Auch wenn's länger dauert, aber... Hm, da ist die Feuer. Jetzt haben wir die. Gut, nehmen wir die. Mit denen tauschen. Äh, haben wir jetzt Munition wieder für alle voll, ich glaub, ne? Oder? Äh, 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 äh. So. Die eine macht überhaupt kein Bums. Gut. Oh, wo müssen wir jetzt wieder langlaufen? Gut, wir werden den Captain Reese befreien. Okay, 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 okay. Da sind noch welche. So, sammelt der jetzt einen Gott. Da ist noch irgendwo eine. Die tauchen ja auch immer wieder alle auf. Gut. Ach da, ja ja. Fum. Er ist tot am Titusen. Okay. Da müssen wir hin. Captain Maurice finden. Oh mein, 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 oh mein. Ich glaube, wir sollten auf unseren Faden bleiben. Verdammte Blatschatz, es sind zu viele. Wenn mich jemand hört, ich brauche Hilfe. Du bist Gagfraß, Penner. Oh mein, O-Ton. Ey. Mal weglaufen. Besser ist der gerade. Oh, jetzt kommen die von nach oben. Okay, 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 okay. Könnt ihr mich in Ruhe lassen? Geht das? Wo seid ihr? Alter, verdaut er mit dem Nachladen. Hm, hatte ich ihn jetzt, äh, eingefrostet oder wie auch immer? Äh, na, ihr wisst schon hier, so. Zeitluber, weil er nichts gemacht hat. Mit dem Nahkampangriff, ich hab da keine Ahnung von. Voll, voll, ja, er ist schrubben und so. So, wir sollen ja hier irgendwie durch, ne? Äh, dödö, 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 dödö. Vier Schuss haben wir als Einzelschuss, müssen wir entweder dran gewöhnen. Okay. So, ihr habt sicherlich schon mitgerichtet, die vollen Teil, weil sie, äh, normal sind. Also 20 Minuten oder 15 Minuten. Und dann wieder ein bisschen Länge, ja. Kommt es nochmal darauf an, wie ich gerade so, äh, durchkomme, ne? Oder wenn ich sag, jetzt brauche ich eine Pause. So, ja, nimm Geld ein. Ich will hier Munition wäre am besten. So. Äh, ne, äh, hier lang, ne, oder? Echt, jetzt, komm. Hier irgendwie, ne? Ich bin hier und mach dir Tee. Hoho, schöner Kopfschuss, da auch noch mal, gut, ach nee, ehrlich jetzt, komm. Hey, lass den mal machen. Hey, du willst zu uns nehmen. Jetzt haben wir die Vögel am Arsch, oder was? Och, Alter, ist das. Erzähl gerade. Wo bist du? Oh Gott. Nur Munitionsverschwendung ist das hier. Warte, lass uns da fallen. Lohnt sich ja mal nicht, ne, das Geldeingang hier. Warte, warst du hier? Ein Schild? 145 und 61. Bin jetzt mal mit. Ey, da war doch gerade noch irgendwo einer. Was ist das? Warte, Knarre, okay. Da muss er hier irgendwo liegen, hm? Erstmal wieder eine Kiste, so. Ach ja, die 11 Dollar ist die, hm, hm, entschädigen auch so einiges, ne? Jo, jo, jo. So, der muss doch hier irgendwo? Ach, Captain Reese, okay. Der Kammerjäger. Hätte gar nicht gedacht, dass ich so wie Actionwert bin. Einer dieser Psychos ist mit dem Energiekern abgehauen. Ohne ihn ist Sanctuary wehrlos. Bring den Energiekern nach Sanctuary. Wo ist er denn hier? Ich werde erst einmal pennen. Jo, penn erst mal. Weckt mich, wenn ich nicht mehr auf der Sorge bin. Der hat gesagt, ich will Penn gehen. Und wenn du schon dabei bist, leg noch ein paar Banditen um für Reese. Er hätte so gewollt. Wie es aussieht, hast du einen Gebietswegpunkt. Manchmal kann dein Echo-Gerät nicht die exakte Position von etwas finden, das du suchst. Doch such das Gebiet, das mit dem großen grünen Kreis auf deiner Minikarte markiert ist. Dein Ziel befindet sich irgendwo in diesem Gebiet. Mit dem großen grünen Kreis, äh, hierhin, okay. Ja, 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 ja. Wir müssen hier rum und dann irgendwie da runter gehen, okay. Gut. Ja, da waren wir eigentlich schon, ne? In der Richtung? Vorhin? Dann haben wir ja gesagt, wir gehen doch da unten lang. Ach, ja, 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 ja. Viel Schuss haben wir immer bloß, okay. So. Ah, Konzentration. Noch ist alles sauber. Nee, da ist schon wieder einer. Ah, nein. Ähm. Wir brauchen irgendwann mal wieder... Leben. Das ist gut. Wo seid ihr alle? Ach da, Gott. Wo bleibst du? Ach da. Dann bleib mal da. Geht er wieder mal rein? Ist nicht so schön. Oh, da war doch gerade einer. Weil ich hier auch gerade eine... Ja. Ja, griechische Treffer müssen wir verpassen, ne? Okay. Ein Lumano, okay. Crappy Bombs, bitte. Bing. Ah. Ich glaube, wir können langsam wieder nach vorne. Ne, da kommt noch einer. Da. Boom. So ist fein. Oh, da bin ich noch dicker. Okay. Crappy Bombs, bitte. Ah. Sehr stilistisch ist er umgefallen. So. Oh. Ja, da kommen wir alle lang gelaufen. Ja, da kommen wir alle lang gelaufen. Kein Schuss mehr, sagt er. Ja. Mal spricht er so, mal spricht er so, ne? Eben so ganz so kummig, so ganz trocken so. Kein Schuss mehr. Ja. 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 Ach, da habe ich die Stürmer vor, ne? Ich werde dir nicht folgen. Ich werde dir nicht folgen, ne? Dann bleibt doch stehen. Ach, boah, da kommen noch mehr. Wenn er sagt, dann werde ich die nicht folgen. Dann soll er stehen bleiben. Ach, boah, da kommen noch mehr. Gut. Ich meine Heilung? Öhm. Die machen. Möchte ich Punks nehmen. Woh. Wo ist der? Eben. Ich habe hier. Ne, da hätten ist noch einer. Haben wir noch Schafsschützenposition? Ne, natürlich nicht. Hier schleicht noch einer rum da, zum Beispiel. Und da braucht noch einer. Hup! Nein, das Spiel ist weg! Ah, sagt er. Ja, ja. Kennen wir das Spielchen? Mal testen, wie weit die Granaten fliegen, wenn wir rummachen. Ja, gib mal lieber Rassengangs! Okay, Brennstoffwälde haben wir jetzt angeschossen, oder? Ach, da ist noch ein Dicke. Okay. Moment, Moment, Moment. Oh, hier ist auch noch eine. Wir sind schützen, wie wir heute mit der Fließpulverheide haben, die Fließpulverheide sind alle. Die Fließpulverheide sind alle. Keine Munition! Alter! Munition ist dran! Munition ist dran! Ja! Das ist schon klar! Kommt der nie wieder raus! Keine Munition! Das ist doch... In der Hände ist das Spiel ganz schön kacke! Muss ich mal sagen! Was haben wir da noch hier? Die war schon richtig! Die war schon richtig! Was haben wir da hier noch? Null... Shotgun! Ja! Bleibt nichts anderes übrig, Kurt! Zwei Schuss! Also... Wer sich den... Auf Deutsch gesagt... Den Scheiß einfallen lassen! Hat mit wenig Munition! Also... Finde ich... Persönlich... ganz schön kacke! das ist ja... Lass mich dich umbringen! Jaja... Lass mich dich umbringen! Lass mich dich umbringen! Die Bombschen wieder mit nem Shotgun schießen, oder was? Der Widerstand hat heute einen guten Mann verloren. Aber ich bin sicher, Reese hätte sich gefreut, wie schnell du diese Bloodshots ausgeknipst hast. Wo sind die denn? Was ist denn für Position? Ich bin doch kein Shotgunner hier, kein Nahkämpfer. So. Hat die schon wieder Munition? 30 Shoresquad. Gleich mal wieder Knarre tauschen. So. Umgucken. Wie gesagt, meine Meinung dazu ist, von der Munition her, echt überlastig, dass man zu wenig hat davon. So. Und wer hat schon Zeit im Gefecht? Voll, voll, voll. Hier alles aufzumachen, zu looten. Dafür gibt es aber reichlich. Achso, muss ich selber machen. Dafür muss man halt, denn hier, wer denkt schon dran, hier alles aufzumachen, wenn es Kampf ist. und da geht es weiter im Gefecht aufzumachen. So, was ist das für eine Revolver? Damit ist das für eine Revolver. Bull Begun? Blblblblblblblblblblbl. Level 11 Ähhhh Ähhh Älö Älö So Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Muss ja hier irgendwo sein, oder? Wo ist die Batterie? Ach, da hätt' ich zöber' Ach, da hätt' ich zöber' Das ist der Energiekern. Sehr gut. Jack wird Sanctuary zumindest heute nicht zerstören. Geht zurück zur Stadt. Wir treffen uns dort. Willkommen bei den Crimson Raid. Ah Mist. Ich werde angeküpfen. Ich werde... Dafür hat er uns einmal getötet. Für den Mist hier. So. Ich muss mal wieder alles abgucken. Ich meine, ist mal ein Vorteil gegenüber von allen Outriders. Wenn da irgendwo gegen dich bist, dann hat er aufgehört zu laufen. Hier kannst du laufen, laufen, laufen. Und das ist irgendwo gegen. Dann bleibst du trotzdem nicht stehen. Aber wie gesagt. Mein Fall ist es nicht. Hä? Warum? Echt jetzt? Wo seid ihr? Ach da unten. Ah, ah, ah. Granate. Ja, sollte ich mal lieber. Hast du recht. Hast du recht. Hast du recht. Keine zwei Minuten überleben. Haben keinen Granaten? Nö. Äh. Schon wir von unten, oder was? Ich drehe ich durch den Fleischwurm! Alter, wir hatten gerade mal ein bisschen aufgeräumt hier. Munition vollgab. Hoffentlich hat es sich das gelohnt. Oh! Was gibt es denn hier? Ich nehme jetzt mal die Maus hin. Okay. Granatenschaden? Ach, das ist halt ein Gott. Ein bisschen blöd gemacht mit den ganzen Aufzeichnungen. Aufnehmen? Okay. Es gibt verschiedene Granaten. Okay, okay, okay. Brandschaden pro Sekunde von so aus. Alle Standardinfusionen. Okay. Das war jetzt die. Und was ist mit ihm hier? 208. Nehmen wir auch mal mal. Nehmen wir mal alles mit. Können wir dann wieder verkaufen. Verkloppen wir auch mal voll. So. Ob sie das gelohnt hat? Mal gucken. Das war jetzt die. Granate, die wir ausgewählt haben. Oder genommen haben. Schaden. Granatenschaden. Ja. Gut. Was haben wir noch? Das war das Scharfschützengewehr. Finde ich blöd, dass man nicht angezeigt kriegt, was hier noch in der Tal gekommen ist. Aber halt glaub ich schon mal gesagt. So. Das war ja die. Finnecher. So. So. Markieren schon mal. Markieren schon mal. Auch weg. Oh Gott. Du du du. Äh, ja, Neville. Das nehmen wir auch. Gleich mal tauschen, ne? Wo ist sie jetzt hingekommen? Hä? Waffen. Da ist sie, ne? Die hat Explosionsschaden. Gut. So, bup 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 bup. Hier rein noch mal gucken. Voll. Gibt's hier noch was zum Sammeln? Nö. Gibt's noch mal runter? Okay. Öffnen. Hä? Waren wir noch nicht ganz gesund oder was? Okay. So. Jetzt können wir wieder zurück. Freunde der Nacht. Oho. So. Ah. Ja, das glaube ich wird auf eine längere Folge werden. Weil wir uns zu mächtig dämlich anstellen mit, äh, überleben. Wir gehen meistens mehr drauf. So. Töte die Blood... Blood Shots 20 von 20. Okay. Geh nach Sanctuary und kontaktier Leutern Davis. Ja, okay. Machen wir. Hier. Hiiii. Ja. Äh, da 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 da. So. Ach, die mussten wieder nochmal alle töten, die komischen Blood Shots. Oder wat? Nehm ich mal an. So. Hä? 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 Wie? Wo? Nix offenbar da zu sehen? Oder wat? Echt jetzt? Ey, wat ist mit euch los heute? Heldig! Echt? Lass uns sein. La... Nimm die da da einfach. Und jetzt weiter. Ich muss weiter. Alter. Haben sie doch nicht alle. Da schmeißt er einfach mit dem Tank da durch die Gegend. Oh, da oben ist noch einer. Da ist schon wieder so ein blöder Sack. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon hier gestorben sind. Mächtig oft, ne? Habe ich das Gefühl. So. Brauchen wir nicht mehr hochlaufen, ne? Da haben wir schon was angesammelt. Seitdem alle wieder respawnen. Ja, macht zwar schön sein, aber nicht für mich. Dies ist eine Botschaft an Sanctuary, der letzten Passion des Widerstands. Pandora, wie ihr es kanntet, das Chaos, die Banditen, gibt es nicht mehr. Wenn ihr es zulastet, dies eine Ära der Ordnung seines Friedens. Ergebt euch einfach und ich verspreche euch, euer Tod wird schnell sein. Geht doch gleich wieder hoch, oder? Ja, ich würde mich nur verwöhnen hier, wenn wir mit der Herkette wären. Ja, ich würde mich nur verwöhnen hier, wenn wir mit der Herkette wären. Ich habe ja manchmal das Gefühl, wenn man nicht zielt, ist es manchmal besser. So. Raus hier aus dem Schlamassel. Zurück zu... Leben brauchen wir noch wieder. Bisher auch nur am Cooler ausgeben, ne? Bei den Laufensstufen. Halb tot? Ah, das kriege ich wieder hin. Ja, dann... Gib auf die Wacht. Herzlich willkommen, Kunde. Keine Gewährleistung. Du bist mein Millions der Kunde. Viel Glück. Millions der Kunde, dann... Was kriegen wir denn dafür? Nix, ne? So, wir müssen wieder hier zu... Sankt Tyrell... Blum, 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 blum. Na, ihr wisst, wohin, ne? Ausgesagt, Bolimong. Aha. Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ey! Der ist schon mal tot! Alter ey! Du hast ja auch Ruhe! Wer ist wieder die Vögel oder was? Wie finde ich denn das? Vögel sind doch kacke! Ich wollte Feier machen heute! Und nicht hier mich noch tausendmal mit Vögeln umhercampen! Ach ja! So! Ist er überhaupt richtig? Ja! Na klar! War doch schon richtig hier! Du bist ja echt nur am Ballern! Na ja! Ist doch auch ein Shooter-Spiel! Shooter-Looter-Spiel! So! Aber die Feinde, wenn wir auftauchen und man so extrem wenig Munition hat, finde ich persönlich genommen bescheuert Da laufen noch! Da laufen noch! Guck mal! Da laufen sich wieder welche umher! Ja! Vielleicht sollte er einfach mal ein bisschen ruhiger bleiben! Beim Zielen und Schießen! Okay! Ja! Ja! Vielleicht liegt's ja daran! Da ich immer so... ...hektisch bin! Da müssen wir abwarten! Hä? Wo seid ihr? Ach da! Gott! Hat er noch ein Schutzschild! Aber durch Brennen... ...kriegen wir ihn trotzdem tot! Auch wenn er ein Schild hat, ne? Das... ...nö? Ja! Gut! Genau! Das Schild hilft ihm zwar! Aber ähm... ...nicht wirklich so... ...dann er jetzt... ...hähm... ...so was ist das hier? Jaja, ne! Scheiss Knarre! Äh... Also warum... ...hä... ...mit sei... ...irritiert manchmal dat... Das, 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 das. Bei Einserwert gilt man nicht so. Roland, bist du das? Ach, der Kammerjäger. Komm rein, still. Rolands Echo-Kommunikator ist hin. Wir brauchen deine Hilfe. Jo, na endlich. Juhu. Ich glaube, wir sind in Sicherheit. In Sanctuary sind wir, glaube ich, sicher. Da kann uns nichts passieren. Da können wir uns spieleaufsteigen. Ah, ha, 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 ha. Hast du es nach Banditen-City geschafft, was? Ausgezeichnet. Toll, dass ich ein vertrautes Gesicht sehen werde, wenn ich das Drecksnest in Schutt und Asche lege. Oh, und ich habe mich entschieden, dir mein Geheimnis später zu verraten. Wenn du es verdient hast. Das ist der Ausgang. Wo müssen wir hin? Da hoch. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Was ist denn da oben? Und dann sehen wir, ach da, Lieutenant Davis. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like dafür. Tipps und Tricks bitte ich immer zu haben. Dann sage ich mal, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ringehauen. Tschüss, bei den Links. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.